Herzlich willkommen am täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Freitag, den 11. März 2016. Heute möchte ich Ihr Interesse mal auf ein Unternehmen lenken, dass eine eher zwei- bis dreiwöchige Spekulationsdauer haben wird und es geht um Abengoa. Das ist der spanische Anbieter von regenerativen Energien bzw. deren Anlagen und das Unternehmen, das ist ja in die Pleite gerutscht. Der Kurs ist ungefähr 95% abgerutscht, aber in den letzten beiden Tagen hat es hier eine kleine Aufwärtsentwicklung gegeben. Warum? Am Markt kalkuliert man über die Ergebnisse der Refinanzierungsrunde am 28. März. Da geht es nämlich darum, ob Abengoa überleben wird oder nicht. Und bis dahin soll der spanische Konzern ein Restrukturierungskonzept vorlegen und dann wird entschieden, ob die neuen Finanzmittel greifen, ob es neue Finanzmittel bekommt oder nicht. Ich persönlich bin da sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass das Unternehmen gerettet werden kann. Ich bin da sehr pessimistisch. Wir werden auch im Frankfurter Börsenbrief keine entsprechende Empfehlung aussprechen. Aber bis dahin, bis zum 28. März rechne ich dennoch damit, dass es hier eine entsprechende Spekulation auf ein Gelingen der Rettung von Abengoa geben wird. Und insofern lohnt bis dahin sicherlich eine sehr risikoreiche Turnaround-Spekulation. Ich würde aber dringend empfehlen, dann vorher, also am 25. hier wieder auszusteigen. Wenn Sie noch Interesse an weiteren Empfehlungen haben, die in den nächsten Wochen zu spielen sind, dann empfehle ich Ihnen an dieser Stelle auch mal den Bernecker Stammtisch, den Sie ab heute auf der Homepage www.bernecker.info sehen können. Wenn Sie auch Lust halten auf ein persönliches Gespräch oder so einen Stammtisch mal selbst zu erleben, dann empfehle ich Ihnen den Anlegertag in Düsseldorf, der am Samstag stattfinden wird, also morgen. Dort werde ich sicherlich ab 13 Uhr auch da sein. Und wenn Sie Lust haben für ein persönliches Gespräch, auch mit Ihren Fragen zu Ihren Anlagemöglichkeiten, kommen Sie einfach vorbei. Ich garantiere Ihnen, dass es nicht so voll sein wird, dass man da nicht mal Zeit finden wird, mal zehn Minuten sich auszutauschen. Wenn Sie Interesse haben an der Entwicklung bei den Rohstoffmärkten, beziehungsweise was sich da abspielt im Rohstoffhandel, dann empfehle ich Ihnen heute Abend Makro auf Dreisart um 21 Uhr. Da werde ich auch diesbezüglich ein paar Kommentare loswerden dürfen. Das sind die Hinweise für heute. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende. Machen Sie es gut. Ab Montag wird Sie Walter Tissen wieder kompetent durch die Woche begleiten. Ihnen alles Gute, Ihr Bernhard Glänzing. Ihnen alles Gute, Ihr Bernhard Glänzing. Steig. gressische Betriebs hat die Woche begleiten. Untertitelung des ZDF, 2020